okay offshore vermögen ich habe eine frage ja frag ich wollte nur gerade erzählen dass das wieder agent 14 ist eine von sechs missionen aber die vierte jetzt schon am stück da wir jetzt hier sei ich jetzt in einem leibwächter was auch immer läuft mein labor im hintergrund weiter aber nicht ich denke schon ja doch also wie immer egal was du machst ich dachte weil ich jetzt denken das ist ja oftmals nicht wenn man jetzt heißt spielt und so bisher auch kein mc also ich denke ich bin ja auch nicht ein leibwächter aber läuft schon weiter aber anleihen bist und läuft nur im story mode nicht also ich glaube die bedingung ist solange du anleihen bist gut da ist ja egal was du machst so kann es weiter okay führt mit einem amphibienpanzer eine bergungsoperation an einem brack vor der küste durch ich glaube die mission die war cool aber ich glaube auch in dieser mission kann der fahrer nicht schießen dafür hat die karne menge schießscharten hinten hinten so drinnen und mir schützt ja wenn ich mal gespannt ich glaubt die war echt nice die mission und vor allen dingen wenn es doppelt kohle lebt na ja ich hätte auch nichts dagegen danach direkt nochmal da kommt es gerade angeflogen machte dich schon vorher kaputt ja ich weiß es einfach ja ja cool aber warum so soll ich am lande soll ich fahren oder schwimmen oder willst du anziehen schütz also ich würde gerne an geschützt ja erstmal wieder hoch schwimmen können wir nicht sagen ich glaube ich bin am falschen schütz ich glaube ich bin am falschen schütz kann ich was ändern ja oh warte warte was ja hm 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 nein ja aussteigen ist auch eine mehr möglichkeit ja ja jetzt aber die ist ziemlich langsam die karte schnell ist ein bisschen rockmusik im hintergrund hier ist sehr langsam im wasser ich finde das ist angenehmer zu fahren als ein normales port glaube ich also ich kann jetzt überhaupt hier nicht schießen aber ich glaube ich musste ich nachher in der zeit wo du tauchen gehst verteidigen ok da musst du irgendwas vom meeresgrund holen oder so wenn ich mich recht erinnere ich weiß es nicht mehr ganz genau aber ich glaube so war das aber gut je länger man von der zeit her benötigt ne bis zu einer viertelstunde gibt es eben halt das maximum angenehmer bis zu einer viertelstunde aber weißt du das weil das bekannt ist dass ab einer viertelstunde also bis zu einer viertelstunde und dann geht es nicht mehr weiter und bist du schneller als eine viertelstunde dann ähm ja gibt es halt weniger geld ne ab einer viertelstunde wird das maximum ausgeschüttet ist bei kontakt sprich die 20 30.000 die wir gerade bekommen haben waren nicht maximum aber das weiß ich nicht kann ich dir nicht sagen ich denke nicht wir waren zu schnell ja wenn man sich zeit lässt aber dann muss man wirklich sich ausschleichen vielleicht bei der einen oder anderen mission also hier die video läuft jetzt seit fünf minuten oder so oder mal gucken muss ich den cargobot mit abschießen einfach nur alles was hier an boten unterwegs ist ich kann das mal gar nicht schließen nicht mal deine normale waffe nein hier hier kann ich gar nicht schießen deswegen bleibt alles an die hängen hier auf dem link stehen musst du auch mit weg schließen jetzt müssen wir da drauf vergib dich und stehe die pakete weiß nicht glaub du kannst nur eins nehmen also einmal muss ich runter die pakete steht bei mir vielleicht kann ich auch beide machen kannst du in der zeit mal gucken wo eine art mir geht in 9 was ja irgendwo ne glaube ich nehmen doch mal lieber nach mir hier wird es mir jetzt so angezeigt ist ja bescheuert wo ist denn das ding du hast alles in dir ne also hier kommen helis ich muss jetzt hier bewachen alle ja ja gut ok ich will es echt nicht wo ist denn denn ach doch hier jetzt das sieht ja aus wie so ein bombenpaket oh oh das schmeckt da bloß nichts die ferne liegt an ah hier ist ein anderer sag mal ey das hätte ich aber auch ohne art mir rät hin gekriegt so scheiße jetzt darf ich mir extra da kommt er ja irgendwo jetzt darf ich mir extra ein art mir rät kurven oh den hubschrauber den musst du weg machen da hab ich ja nicht da ist noch einer wo denn sieht man nicht so ok also konnte ich doch beide einsammeln ich dachte das ist in irgendeinem container drin oder so nö die das irgendwie so einfach nur so hingepackt aber manchmal denkt man zu kompliziert wir haben Bussard ja wie schnell ist er jetzt auf einmal da oh den hab ich gebrochen cool muss mal nochmal drauf da kommt noch ein oben wo ist der oben jetzt da da ganz herrn ha fahr die eben oh der schießt da abtäden naja er wiederum nicht der ist aber weg Kannst du jetzt mittlerweile schießen? Nein, ich kann gar nicht schießen aus der Karre Achso, schade Das geht leider nicht Oh, ich würde gerne mitballern hier Da stehen ja auch reichlich Punkte auf der Straße Aber das funktioniert leider bei der Karre nicht Können wir halt gleich weg sein Ah, hier kann man wenigstens ein paar Punkte ernten, wa? Ja Stell dir mal vor, du gehst hier einfach mal zu Fuß über der Straße und plötzlich kommst du raus und schießt die ganze Zeit in Raketen Den würdest du schon mal in Weitem hören Ja, gut, das ist schon da Was ist das eigentlich in der Ecke? Wir sind sogar Ach, hier ist so eins von meiner Warenhäuser Für diese CO-Waren Ja Gleich hier um der Ecke War das so ein Industriegebiet 12.000 Very nice Und rang erhöhnt Wach nicer Also ich hab ja Ron echt fast eingeholfen Hä? Ich hab Ron echt fast eingeholfen Ja, vom Level her Gar nicht so schlecht Aber jetzt merkst du, das wird immer zäher, ne? Mit den Punkten Ja Aber hier jetzt durch doppelt RP Da müsstest du ja eigentlich ziemlich gut aufsteigen Ja, ich steh jetzt hier direkt vor meinem Lagerhaus Auch nicht schlecht Ich glaub ich war kurz vor 75 Bin jetzt gerade 77 Bis deine 200 RP ab und zu Das kann sein Und wieso Ich hab jetzt ein Messer in der Hand Naja, so ist besser Gut Dann sind wir auch mit Video 4 fertig, ne? Ne, 5 War ja schon Oder? War das 4? 5? Ich glaube 4, ja Dann war das andere vorher 3, ne? Keine Ahnung Ist ja auch egal Ich glaube 4, ja